für er weil ich ein profi hier mit einem langen fliegste gerade gleich nicht Habe ihn jetzt? Hat er mit dem Wasser gelandet. Er hat landet. Der Heli, der ist feindlich, gell? Welcher Heli? Ja, scheinbar. Der Heli, der ist feindlich, gell? Nehm Kilometre, schau mal in die Hand. Du hast es wieder ein? Ja. Ich glaube, ich habe heute noch gar keinen. Jetzt bin ich tot. Ah, ich hasse... Du hast den Applaus, wo war? Kannst du Mokko machen auf der Map? Ich habe noch nicht gesehen. Weiß ich aber auch nicht, wie es geht. Doppelklick. 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 Doppelklick auf der Map. Du machst du Mokko. Ich bin in Arma 2. Das ist wie in Arma 2. Du bist gut. Dann habe ich schon mal Arma 2 gespielt. Äh, Daisy, der kannst du auch so markieren. Dann habe ich schon mal Daisy gespielt. Nein. Wusste ich nur nicht. Lade. Mokko. Doppelklick. Lade. Doppelklick. Lade. 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 Doppelklick. Lade. 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 take equipment hier kann man also sein equipment die nehmen wie sagt es folgend nicht funktioniert hier kann man sich in raketen werfen alles was das herz begehrt holen oder einfach bei dem bei der dings auf take equipment gehen erstmal hier die web da hätte ich gern erstmal hier eine schöne Granatenwerfer Unterlauf Magazin kommt ein Heli zu den Ruinen ja Little Bird wartet wartet ja 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 Ich war das Gebüsch. Wie ist das jetzt mein Night Tracer verschwunden? Das kann ich jetzt gerade mal gar nicht verstehen. Nightstalker. Add to Inventory. So. Ah. Lol. Ding. Rug. Ja. Dann halt nicht. Oh mein Gott. So lustige Sachen da drin, gell? Ja, jetzt seh ich das auch, was ich erst mal... Und weiter... Add Item... Ähm... Aber irgendwie die Items funktionieren ja nicht so ganz. NV ist nicht... Der ist im anderen Haus drüben. Oben drin. Ich weiß gar nicht, was das alles für Dinger sind. Hey! Charm-Machine! Zeig mal her. Hey, wo ist denn die Waffe jetzt hin? Muss ich da noch irgendwas klicken? Ach, Save-Gee, ne? Ja. Sicherlich. Ich weiß gar nicht, was ich wollte, was ich wollte, außer den Raketenwerfer. Ähm, Save-Gee. Und irgendwie geht mein Dings unter und weg. Mein Waffenaufsatz. Hast du das auch? Ich hab noch gar keine Waffe drauf. Doch, jetzt aber. Oder? Aber ich hol mir eine andere auf, weil... Hä? Ne, er nimmt die Waffe gar nicht rauf. Hier. Noch einmal. Take Equipment. Das ist immer aufhörn rum. Genau hier. Ertugum. Ich fand's an den Weißen nicht. Wieso? Mach der überhaupt gar keine Waffe? Ey, du hast gar keine Waffe bei mir in die Hand, du Delos. Echt nicht? Du musst Doppelklick auf die Waffe machen. Ja, ja. Denn es ist hier drüben, ne? So, ja. Boah, jetzt an, jetzt an, jetzt an, jetzt an. Lol, ich konnte halt einmal zielen und dann war das Ding wieder weg, der Aufsatz. Ja, vielleicht brauchst du da für einen anderen Rang. Einen anderen was? Rang. Wär möglich. Ähm, okay, da, wenn ich den Aufsatz nicht kriegen kann, dann, ähm, versuche ich's mit irgendeinem anderen. Mit einem ACO Green. Ertugum. Ertugum. Ja, das geht alles nicht. Tja, ich hab ne Waffe. Oh, ne, das geht auch nicht. Ähm, gibt's denn ein ganz billiges Visier? Das billigste? Boah, ne. ACO. ACO Red. Holo. Holo sollte gehen. Holo geht. Glaub ich. Nee, auch nicht. Äh. Nee, geht auch nicht. Boah, erstmal hier wieder. Ah, das geht. Ich mach's. Der los. Was geht? Ah, ne, jetzt, jetzt geht's auch nicht. Ja, hab ich doch gemeint. Egal, ich hab ne schicke, schicke Wumme. Geht auch ohne. Sehr schicke Wumme. So, das passt schon mal. Das machen wir mal ganz weg. So, und jetzt suche ich mir noch mal ne neue Waffe. So, die hätte ich gerne. Pistols. Was hast du jetzt? Hab die rausgesucht? Ich hab die ME... äh, MK-18... Mit Granatenwerfer hab ich sie. Achso. Nee, ich hab ja keine MX, ich hab ne MK. Also, ein 14-artig. Safe Gears 3. Safe. So, hoffentlich passt das jetzt so. Mein ACO ist aber auch wieder weg. Ja. Freu mich auch. Vielleicht haben wir einfach nicht die nötige Skill dafür. Musst du mal oben lesen, dann steht's doch. Ja, Lieutenant, super. Watch out, ship is still hot. Ich hab jetzt so ne, ja, ein 14-artige Waffe. Bloß ohne Visier. So ne richtige Stadtkampf wie auf Altes wär ganz nett. Zu haben, ja. Was für ein Kampf? So ein Stadtkampf, ein Altes. Wär ganz nett. Wieso Altes? Aber doch gar nicht. Für irgendwo. Für was? Wo ist denn hier Altes? Das ist ja nicht Altes. Ja, ich weiß. Ich mein ja, Mapwechsel eventuell morgen mal. Ah, okay. Okay. In der Zeit kann ich ja mal schauen, wo ich hier meine Dings gesetzt hab, meine Granaten. Ähm, okay. T. Ja, lock or zoom steht hier, lock or zoom. Lol. Kann man nicht irgendwie U? I kann ich machen. So. I hab ich auch. Delayed. Okay. So. I auf Granaten werfen. Oh, was war der? Ah, ne, doch, ne. Alles klar. Der fickt ziemlich tief, oder? Ja, der letzte, wo ich mitgeflogen bin, der ist ins Wasser geflogen. Pass auf! Hier, die wählen gleich auf uns Ballern aus den Häusern, die du hier siehst. Ich sehe hier gar keine Häuser. Der ist so. Der, äh, rechts im Prinzip. Könnte gleich richtig... ...hersicht werden. Geht das auch ohne Nachtsicht? Ah, das... ...weiß ich nicht. Das ist echt blöd. Das ist wirklich. Okay. Au, 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 raus, 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 raus. George, haka kichini! Ich bin verletzt. Ja, ich wahrscheinlich auch. Keiner schießt auf uns, ist ja selten. Ha! Wo gammelt ihr rum? Da wäre es halt für die Lippenwoll netter die Leute auf der Karte sehen zu können. Aha. Also jetzt, ich meine jetzt, äh, in-game sozusagen. Dann folge ich mal Toto. Und wo ist jetzt genau die Base? Die muss ich mir markieren. Ruins. Ja, ja, es ist, ähm, Attack-Chopper, nur Transport. Attack? Attack, ja, scheiße. Weiß nicht, ob das da ein Feind ist oder nicht. Mach. Wich sehr gut, kaum. Und? Hat irgendjemand, äh, ne EA dabei? Den Wandfeind. Hast du ihn erschossen? Ja, 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 anybody? Schön. Ist das unser Heli? Definitiv, ja. Ja, das ist Heli-Kampf. Das sind zwei Helis. Ja, ja, ein, die beschießen sich sogar. Little Bird. Ja, dann kann man Little Bird, da gehe ich mit normalem Schuss vorher runterholen, hier. Möglich, äh, muss den treffen, ne? Da kommt noch ein kleiner Little Bird, der hat wahrscheinlich Leute dran. Drauf. Ich sehe ich. Ja, schießt du? Ja. Ich sehe ich mit meinem Haus. Ich muss überfeuern mein Haus. Ja, ja, ich bin hier. Ja, ich bin hier. Ja, ich bin hier. Ja, ich bin hier. Mein Gott, ich treffe überhaupt nichts von der Position aus. Fuck it. Ich muss mich verarzten. Ich versuche sie zu flankieren. Ich versuche sie abzulenken. Ein bisschen ein Erdrückungsfeuer. WTF, was hat mich jetzt getroffen? Oh, ein Helikopter wahrscheinlich. Ich glaube, ich habe noch einen erwischt. Ein Maus, wir fliehen in Ruinen, ne? Ich bin noch nicht sicher. Ja. Ich glaube. Schau. Oh, hey, die hat ihn erwischt. Okay, ich bin allein bei den Ruins. Boah, ich bräuchte halt so eine Sniper oder so. Oder irgendwie zumindest ein Visier. Und das ist auch scheiße. Welches Level bin ich jetzt eigentlich? 16. Uh. So, alle haben dich hier nicht. Startet es jedes Mal neu. Meine Karte ist glaube ich nicht so überragend, ja. Ich habe wieder einen getötet. Sehr gut. Einer ist hier aber definitiv noch. Die zählt auf mich. Ich habe ein Heli runter geholt. Mit. Ich hatte den Piloten rausgeschossen. War geil. Aufgenommen. Sehr gut. Eigentlich ist das Aufnahme beenden. Aufnahme fortsetzen. Sah mega geil aus. Ja, scheinbar nehme ich die Ruinen gerade wieder ein. Ich wäre in 800 Metern auch da. Der Heli schrägt mit dem Gewehr. Haha. Jetzt könnte man ja... Check the tank, Rockefeller. Jetzt in L.A.V. Ich glaube wir müssen Arma 3 Action Parts reinmachen. War aber wohl nix, ne? Kann man sein Equipment auch irgendwie speichern? Ja. 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 Okay, ja genommen. Alles dann. Das ist 25. Ja. Hier ist eine schöne Sniperposition, muss ich sagen. Ja, ist äh... Ist close to me. Bauter. Das ist bloß die passende Waffe, ne? Ja, Bräuter letzter Sniper. Scheiße, hm? Mhm. Der Rest ist natürlich ein 400 Meter laufig, weil das zu offen ist. Boah, kann's nicht wieder Tag sein. Bitte. Machen wir mal kurz nen Cut. Bis gleich, Leute.